Willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Zell ist uns auf den Fersen. Wir ziehen ständig weiter, wie Nomaden. Ähm, du verstehst schon. Hallo Schatz. Warte kurz, Michael. Ich bin gleich da. Willkommen zu Hause. Sal behakt uns mit digitaler Artillerie. Unser Netzwerk ist hinüber. Bringen Sie uns wieder online. Los! Verdammt! Claire! Wir erstatten das Signal mit Reflektoren. Das ist mir egal. Wir müssen wieder online gehen. Claire! Gott, Michael. Was für ein Tag. Wir haben gute Leute verloren. Ich wollte gerade Dane kontaktieren als... Was zum... Oh nein. Nein, nein. Claire! Das ist Prophet. Bitte hör mir zu. Sieh dir doch die Mods an, Michael. Ist er ein Seth? Sel? Ist er überhaupt ein Mensch? Haben wir dafür unsere Leute geopfert? Für diesen... Mutanten? Hör zu. Das ist nicht nur ein Anzug, Michael. Claire. Claire. Wir sind jetzt fünf Monate hier. Die asymmetrische Kriegsführung nützt uns von Tag zu Tag weniger. Das sollte eine zweite Normandie werden. Stattdessen verkriechen wir uns. Wir stören hier, wir stören dort, aber wir können das Blatt nicht wenden. Wir sind dazu nicht in der Lage. Wir brauchen jemanden, der das auch schafft. Stattdessen. Major Lawrence Barnes. Profit. Hallernst rasch. Zu Ihren Diensten. Rasch. Ich erinnere mich an Sie. Nicht bewegen, bitte. Rekombinante DNA. Menschlich. Self. Synthetisch. Unglaublich. Ich kann Sie nicht auswerten. Oh. Kommen Sie, Lawrence. Was erwarten Sie? Ich habe Ihren Anzug entworfen, mein Freund. Sie können mich nicht auswerten. Claire hat recht, wissen Sie. Was das Risiko angeht. Was das Risiko angeht. So viel Macht. Aber instabil und stur. Aufsässig. Sagen Sie, hat Michael Sie in unsere Pläne eingeweiht. Ich briefe ihn, wenn's losgeht, Sir. Der Plan ist genial, Boss. Er gibt Cell den Rest. Die Lage ist weitaus schlimmer, als Sie denken. Dann retten wir jetzt mal die Menschheit. Okay? Alles klar. Legen wir los. Pass auf dich auf, Michael. Du solltest die Vision doch nicht erwähnen. Wenigstens hast du die Sache mit ihr für dich behalten. Romeo 1, Ihr Mikro ist noch offen. Ups. Hier lang. Da ist er. Der frote Hydronab. 500 Megawatt, die direkt in das Höhenverteidigungssystem von Cell fließen. Sir hat seine Kräfte auf die Kraftwerke verteilt. Ist deine Entscheidung, wie du die Sache angehst. Und dort ist Cells Energie-Nexus. System X. Wenn wir den Damm abschalten, sind Cells Abwehrsysteme nutzlos. Können Sie keine Energie von System X umleiten? Es ist nicht im selben Netz. Wozu der Damm, wenn Sie mit System X eine unerschöpfliche Energiequelle haben? Redundanz? Oder macht Ihnen vielleicht irgendwas an System X Angst? Okay, Psycho. Wie gut kennst du diese Leute? Können wir ihnen trauen? Und was sollt Ihr Ausraster wegen meines Anzugs? Sie hasst Anzüge. Keine Ahnung warum. Ich frag nicht nach. Ich weiß nur, Ihr Team hat mich aus dem Skin-Labor geholt. Sie hat mich gerettet. Ah, die Treppe ist blockiert. Wir müssen den Lift zum Laufen bringen. Brauchst du Hilfe? Ja. Nein. Verpiss dich. Ja. Ja. Okay. Dadurch. Ich bin okay. Das bleibt wohl nur noch ich. Okay. Romeo 1, ich übernehme die Kontrolle. Ich brauche einen Link in den optischen Ausgang des Nanosuits. Over. Alles klar, aber nur solange es nötig ist. Das wird jetzt. Jetzt. Alle mal herhören. Laut Geheimdienst. Ah, scheiß drauf. Wir sind absolut sicher, dass der Blechmann in diesem verbrannten ist. Ihr wisst, was er vorhat. Der Damm wird sein Primärziel sein. Wir sind im Radarschatten von Hades. Das heißt, keine Kanonen. Es liegt an euch, ihr Arschlöcher. Also haltet euch an dem Plan. Macht keinen Scheiß. Und sichert euch gegenseitig. Tauke aktiviert. Was ist der Sinn des Lebens, Sergeant? Sie mich auch, Gomez. Und jetzt gehen sie da raus und holen sie sich seinen Kopf. Was ist der Sinn? Was ist der Sinn? Tauke aktiviert. Siehst du unser Ziel? Negativ. Okay. Verstand sicher. Blinde starten. Blacktail oberseitig ist Blacktail 8. Alles klar. Beta 4. Okay. Wiederkontakt. Beta 5. Jetzt. Bewegung. Oh, nein. Don't fucking aktiviert. Don't fucking aktiviert. Don't fucking aktiviert. G resourceDanke. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, vorrücken zu deiner letzten Position. Und geht euch! Alpha, Bewegung! Feuerschutz! Kein Lust! Ich sitze fest! Weiter am Boden! Weiter am Boden! So! Nassau! Schau aus und schnell dich, du Feigling! Er darf nicht entkommen, vorwärts! Los, findet den Kaus! Los! 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 Okay. Was ist das? Maxi, Maxi, Maxi. Flakriere das Ziel! 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 Was ist das? Vorwärts und haltet die Augen auf! Fettet diese Kastner und macht ihn kalt! Oh mein Gott! Halt ihn in die Flamke! Was ist das? 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 Was ist das?